Roboter, den hat man ja am Ende zusammen, ob man die Teile hat oder nicht, ne? Na gut, dann machen wir jetzt mal ein bisschen weiter so. Gut, wir sind wieder dabei mit The Forest, man hat keinen Ausflug bei Dead by Daylight. Heute, wir haben ein bisschen The Forest zu dritt. Leider nur, Markus wird heute aus arbeitstechnischen Gründen, aber wir werden heute nicht allzu viel machen. Ja, gut, ein rohes Bein, ich will kein rohes Bein, getrocknetes Bein, das ist es. Perfekt. So. Muss ich erstmal alles wieder aufbauen. Ja, ja, das ist es halt, ne? Ist noch nicht alles geladen. So, dann war ich um getrocknete Beine rumlaufen, rumliegen. So. Ja, ja, so zwischendurch. Wie gesagt, groß haben wir ja jetzt wirklich eigentlich nicht gemacht. Was haben wir groß gemacht? Das Kreuz fertiggestellt. Hm. Wir haben den Zaun zugemacht, weil uns das letzte Mal die Gegner so ein bisschen reingehüpft sind. Okay. Wahrscheinlich von oben irgendwie, ne? Kann man sagen. Ja, ja. Ja, das Stück auch, ne? Und ich hab die Hütte da hinten, äh, angesetzt. Also eine Hütte angefangen zu bauen, neben der Kirche. Wie gesagt, große Mama haben wir heute auch nicht, wie gesagt. Heute hat er wahrscheinlich eh noch ein bisschen wieder Baurechtchen sein. Vermutlich. Ich bin schon wieder ein bisschen raus. Ich weiß gar nicht, warum wir das letzte Mal gespielt haben. Ich glaub, es ist auch schon wieder bald. Es ist wieder irgendwas rum, was da hinten... Ja, letztes Mal hab ich mit euch gespielt, als ich ein bisschen noch war. Ja. Genau. Und seitdem hab ich fast gar nicht gespielt. Fast gar nicht gespielt. Ja. Wir sind einfach... Weil halt auch in der letzten Folge ein bisschen Luft raus war. Mal auf der... bei Daylight geswitcht. Ja. Ja. Mit denen kann man nicht gespielt. Ja, aber mir hat es halt auch verzeiht, ich hab von der Arbeit und so halt. Ja. Und ich hab mich halt abends... Ich weiß nicht, wann zu Hause gewesen bin. Das ist es halt, ne? Äh, genau. Irgendwann wird schon lange gegriffen. Ne, ach, alles gut. Wie gesagt, ja, ja. Wir sind ja, was Spiele betrifft, jetzt Gott sei Dank ein bisschen flexibler geworden. Ja. Mit Dead by Daylight. Wenn dann einfach wirklich... Wir sollten... Wir haben... Haben dann Bock wieder ein bisschen auf DPD, dann gehen wir da wieder mal hin. Wobei auch bei dem Spiel teilweise echt die Luft raus ist. Weil du wirklich nur noch, wenn du Open Lobby bist, wirklich nur noch... äh... Camper, Tunnler... Und hat es nicht gesagt. Das würde ich auch immer nicht spielen. Äh, Spaß. Deswegen sind wir ja dann auch in private Lobby gegangen. Hm. Wenn wir da ein bisschen für uns sind. So. Ich muss wieder ein bisschen... Mit mal waschen. Weil... Ich hab gerade wieder allem mit der Campensäge abgemurkst. Ja, ja. Hier kommen grad auch schon wieder vier Stück offen zu. Ja, ja. Erst mal zu euch nach vorne kommen. Alter. Ich seh gerade, ja. Jetzt kommt da alles ein bisschen. Hier ist auch offen alles. Also wir finden sie irgendwie, was die Tore betrifft. Hä? Ich komm mal wieder. Ich komm mal hier zu euch. Das ist so komisch ein Leuchthalini. Ja, da kommt auch eins, zwei, drei, vier, fünf, fünf oder sechs große. Oh, das wird ja lustig. Hier ist noch die ganze... Hier fehlt noch die ganze Mauer. Das ist ja auch witzig. Ja, 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 ja. Ich will alles noch. Ah. Jetzt ist genau... Guck mal was da vorne rechts, was da rechts noch so angelaufen kommt. Dann. 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 Ja, das Problem ist einfach, jetzt glaube ich, wird das gerade auch wieder dunkel. Herbst sieht so aus. Vor allem, was da so, guck doch mal, was da für eine Amala rechts steht. Da steht vier Stück übereinander, fünf Stück, sechs, eine ganz klein, sieben. Ich habe keine Ahnung, wie viele. Vier große auf jeden Fall. Das ist doch ordentlich. Ha, getroffen. Oh, wie ich ihn in die Köpfe. Ich glaube, ich habe gesehen. War ein paar Scheiben weiterzuziehen, ne? Vor allem, wo ist das? Ach, ohne eine. Ja, das ist nicht so, wie ich ihn in die Köpfe. Ich weiß, dass ich nicht da jedenfalls. Ja, das ist nicht so, wie ich ihn in die Köpfe. Ja, das Problem. Ich habe ja fast keine Energie mehr. Ich habe hier so... Ich liebe, wo wir die Arme brauchen. Die Gleiter vielleicht? Bei den einen Toten dahinten, das bieten wir mich nur noch hier kaputt. Gott sei Dank. Die Alte ist hier reingehübt gerade bei mir. Ich kotze gerade schön. Ich klinge das wieder vorhin. Ich hätte dies gerade schön... Mach mal während das Telefon klingelt, eben das Mikro aus. Dann läuft an mir einfach so eine komische Riesen-Fee vorbei, ey. Ja, ja, ja. Am besten wir machen gerade mal auch die Türen zu. Weil das ist gerade sonst zu heiß. Hier ist gerade auch einer reingerammt. So, da bin ich wieder. Ich fang ganz zu gewittern. Die großen Scheine sind aber weg zu sein, ne? So, ich räume mal hier gerade ein bisschen auf, die Leiche da mal weg machen. Ja, wie gesagt, es waren jetzt einige, es waren jetzt vier Stück oder so, die da so rumgerannt sind. Minimum. Ach nee, da hinten hinter der Kirche-Renze noch. Naja. Warum brauchen die noch Arme? Gott. Ja, wir kriegen keine Arme mit. Ich bin nur einsam. Oh, wo gehören die hin? Findet was da essen? Ja, klappere ich mir ein Beinchen. Ich hab ja Blut. Aber müssen die Arme vielleicht irgendwie noch zu einem Gleiter oder so? Könnte sein. Das ist gar nicht arme Stücke, Köpfe, ich weiß es nicht. Ob wir die die brauchen. Wir können ja auch mal schlafen wieder hell machen, wenn es geht. Mal gucken. Ich guck mal nach. Ja, ich hab ja gerade noch so eine große. Ohne Tür. Das ist was Fieber, das ist mir vorbei. Also rein hier und ich könnte mal schlafen. Ich hätte es gerne noch platt. Hasenfels. Nee, die Gleiter brauchen nur Hasenfels. Ich rette mal unser Spielchen. Ah, hier, wenn ihr eine Rüstung braucht, sie ist platt. Ich guck mal vorne bei den Leichern, ob da noch Arme fehlen oder hat es schon. Wo liegt die Leiche? Bei euch da hinten oder was? Ja, hier, komm mal vor der Kirche. Ja, mir wird aber gerade ziemlich nass und kalt. Ja, hier, wo ich stehe. Ich sehe, ich sehe, ich will auch nicht wieder. Ah, weißt du. Wo bist du? Da, läufst du. Haben wir hierbleiben? Wegen, äh, Dings, mal, ich brauch mal dein... Wir haben das Feuer. Wacke? Ja. Bitte wacke mich gerade nicht an oder brenn? Da hinten ist noch irgendwas, was man bauen muss. Hättet Köpfen. Ja. Für die nur noch zwei Köpfen. Aber wo gehören verdammte Arme hin? Ja, zwei Arme. Ja, also Arme hätte ich auch noch zwei in der Tasche. Ja, und die müssen ja irgendwo hinten, ne? Vielleicht irgendwo drin. Mal gucken, ob wir schlafen können. Ja, können wir. Können wir ja mal im Hellen gucken, wo die Arme wohl hinkommen. Ja. Ich mach so lange mal das links zu, weil sonst... Oh, Alter. Oh. Sonst kommen die wieder rein, alle. Ach. Ah, passt. Weit. So. Was haben wir denn hier? Ich hab Haut jetzt ohne Ende, ja? Oh, wie sind die Klamotten? Oh Gott. Beine über Beine. So. Jetzt such ich mal halt mit, wo die Arme wohl hinkommen. Das Tor wird von mir noch nicht. Mir geht's Blenden. Geistige, so 45 Prozent. So viel Beine, wir gehen jetzt mal. Ich brauche an Noah, wäre ich bin krank. Ich will das vorher drauf machen. Hier mal wieder hinkommen. So. Oh, hier sind nur Köpfe. Na, die Frage ist, wo kommt die hier nicht hin? Ich dachte, ich höre schon wieder irgendwas. Oh, ich will eben dazwischen auch mal ein. Ich glaube, das war mafia. Oh, ich bin. Vielen Dank.